Musik Hallo Longtime No See Ich wollte heute auch mal was Neues ausprobieren und zwar wie sich das so anfühlt ein bisschen mehr vor der Kamera zu quatschen und deswegen so Vlog mäßig dachte ich probiere ich einfach mal aus wie ich mich da so anstelle indem ich vielleicht mal Sachen zeige die ich jetzt neu gekauft habe ich will mich da auch eigentlich nur kurz fassen und fangen wir einfach gleich mal direkt an und zwar will ich da anfangen mit dem Thema Videobearbeitung also ich habe eine ganze lange Zeit gearbeitet mit Video Deluxe HD und zwar in der Version 17 damals schon auf dem alten Rechner aber wenn die Projekte ein bisschen größer wurden also mehrere Videospuren und Effekte dann war das erstens mal sehr langsam und der Rechner ist dann auch öfter eingefroren oder abgestürzt ja daraufhin habe ich mir dann neuen Rechner auch zugelegt aber auch selbst da habe ich gemerkt auch das Rennen dauert sehr lange habe mich dann entschlossen mal ein bisschen aufzurüsten indem ich mir eine neuere Version von Magix Video Deluxe zugelegt habe und ich muss sagen das Rändern ging dann richtig flott von der Hand aber ein Problem ist geblieben bei größeren Projekten und jetzt gerade auch als ich meinen Neujahrsgroß zusammengeschnitten habe da bin ich fast verzweifelt also es ist immer wieder abgestürzt und es waren ganz komische Effekte dass zum Beispiel wenn ich so eine Logo-Einblendung halt hatte dann habe ich das irgendwie gerendert und nach dem Rendern waren die Einstellungen völlig weg durcheinander da waren ganz andere Schrifttypen da und es war völlig konfus und ich habe da wirklich Stunden dran verbracht irgendwie fast anderthalb Tage und jeden Tag dann mehrere Stunden und es war also pure Verzweiflung wenn es ein großes Projekt ist mit vielen Effekten deshalb habe ich mir zugelegt ganz aktuell mal von Sony das Movie Studio das ist so eine kleine Version von Sony Vegas von dem Pro sozusagen und da brauche ich echt ein bisschen Zeit glaube ich um mich da einzuarbeiten viele Sachen sind zwar ähnlich aber manche Sachen sind dann doch anders auch gerade um oben im Bildschirm da so das Logo einzublenden da hatte ich arge Probleme das ließ sich gar nicht bis in die Ecke schieben sondern war dann hier mittendrin irgendwie und dann auch noch irgendwie in der Mitte abgeschnitten also mit diesem Cropping Tool bin ich da und Positionierungstool bin ich irgendwie noch gar nicht klar gekommen und es kam sogar auch da zu abstürzen mittlerweile denke ich vielleicht liegt es auch an meinem Rechner oder dass das irgendwie ein Problem mit dem RAM vielleicht gibt ja soviel erstmal zur Videobearbeitung dann hatte ich ja mir mal was Neues gekauft und da möchte ich mal gerade kurz ansprechen den Pro Noob 2K der hat ja mal so geäußert dass er halt solche Essential Hüllen auch nicht so gut findet hier Heavy Rain das ist schon ein kleiner Hinweis ja mir ist es eigentlich egal wie die Verpackung normalerweise aussieht aber irgendwie hat mich der gute Kevin da doch ein bisschen ins Wanken gebracht und er hat noch etwas ausgelöst und zwar habe ich mir viel früher als gewollt endlich zugelegt deswegen der Hinweis mit Heavy Rain ein ähnliches Spiel Beyond Two Souls ich wusste ja von Anfang an dass das schon ein unheimlich tolles Spiel war aber ich wollte immer noch warten dass es ein bisschen günstiger wird und ich habe mir dann tatsächlich mal gesagt gut bei so einem spitzen Spiel da gönne ich mir mal was und habe hier so die Special Edition aber die habe ich gar nicht neu gekauft sondern die habe ich das war mein erster Kauf bei Rebuy mir war klar dass der Code natürlich schon gebraucht sein würde für die Specials aber da waren ja auch viele Leute die sich das neu gekauft haben dann enttäuscht weil beim Special da heißt es der Soundtrack ist dabei aber wie sich dann herausgestellt hat ja nur vier Titel und wenn man den ganzen Soundtrack haben möchte dann muss man doch nochmal ordentlich Geld latzen mir kam es wirklich nur auf die Hülle an ich wollte für so ein Bombenspiel einfach eine wunderschöne Hülle haben deswegen hier im Steelbook wo ich gerade beim Thema Steelbook bin also die ganzen Sachen habe ich glaube ich auch schon mal auf Facebook quasi gepostet aber ich war bei GameStop gewesen und hatte mir Killzone 2 besorgt und das war auch in so einer Essential Packung eigentlich gewesen und wie ich da an der Kasse nun ankomme und bezahlen will da sagt die gute Dame ja ich gehe nochmal eben ans Lager und kam dann zurück mit einem Steelbook und sagte wenn sie wollen können sie einfach dieses Steelbook haben ich war so perplex und eigentlich müsste man ja fragen ja wie komme ich jetzt da zu dieser Ehre was ist da der Hintergrund keine Ahnung ich habe einfach nur gesagt ja das möchte ich ähm habe das dann halt bekommen ja jetzt ärgere ich mich so ein bisschen warum ich nicht nachgeforscht habe weshalb ich jetzt hier aus dem Lager noch dieses Steelbook bekommen konnte ja dann wenn man schon mal Killzone 2 hat warum nicht auch gleich Killzone 3 einpacken da bin ich auch gespannt weil das ja mit der Movesteuerung zu spielen ist das würde ich auch gerne dann auch bei Zeiten mal ausprobieren dann hatte ich mir da für den 3DS auch was besorgt ich habe es aber erstmal nur angespielt und zwar Zelda Link Between Worlds macht den ersten ganz guten Eindruck also ich bin gespannt auf was da halt noch auf mich zukommt ähm ja steht also auch noch auf meiner To-Do Liste und dann habe ich noch einen Neuerwerb gerade so im Zuge wo ich ja sehr interessiert bin momentan an Star Citizen habe ich mir noch so einen Weltraum Handels Shooter besorgt und zwar Dark Star 1 schon ein älterer Titel aber hier komplett gepatcht irgendwie in der Purple Hills Edition das Ding habe ich irgendwie für 3,25 Euro ähm bekommen äh oder ersteigert ähm äh bei Ebay das Ding kam aus der Schweiz inklusive Porto schon ja ist noch eingeschweißt bin noch gar nicht dazu gekommen hatte ja die Demo angezockt hat mir ganz gut gefallen und daraufhin habe ich mir halt das Spiel noch zugelegt so das war's dann schon habt ihr einen kleinen Überblick was ich so neu habe was meine Probleme sind hier mit dem Videoschnitt von daher im Moment habe ich gar keinen Bock so richtig Videos zu schneiden weil das echt problematisch ist wenn es nicht einfach so läuft ist schade wenn man sich auf sein Videoschnittprogramm nicht verlassen kann also dies war ein erster Test mal so eine Art Vlog ich weiß nicht ob ich das weiter fortführe ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit wie immer und ich betrisse mich Pilsley sagt Ciao Ciao erna Zero 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 Halo Zero Zero Bis zum nächsten Mal.